Schaut mal, das ist Buster. Er hat Spaß daran, in den Matschpfützen zu spielen. Und wer ist das? Es ist Cozy Coop. Buster liebt es, neue Freunde zu finden. Er will, dass Cozy mit ihm spielt. Cozy ist ein bisschen schüchtern, aber Buster ermutigt Cozy. Es macht so viel Spaß, im Matsch zu spielen. Cozy springt rein. Hurra, jetzt spielen sie zusammen. Hüpf, hüpf, hüpf durch die Matschpfützen. Plitsch, platsch, plansch. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber jetzt sind sie mit Matsch bedeckt. Zeit zur Autowäsche zu fahren und sich zu waschen. Da ist sie. Buster wird Cozy zeigen, wie die Waschanlage funktioniert. Buster schaltet sie an. Die Walzen drehen sich und sie fahren rein. Aber halt, da stimmt was nicht. Sie sind immer noch matschig. Die Waschanlage hat sie nicht gewaschen. Irgendwas stimmt wohl nicht. Buster schaut es sich mal genauer an. Cozy probiert ein paar Knöpfe zu drücken. Ups, die Walze donkt Buster auf den Kopf. Doch was ist das? Der Wasserknopf. Oh je, was ist das für ein Geräusch? Platsch. Buster und Cozy sind ganz nass. Aber sie sind immer noch matschig. Irgendwas stimmt nicht mit der Waschanlage. Cozy fährt rein und Buster schaut sich die Bedienung an. So. Oh je. Der Hebel steckt fest. Buster kann sie nicht abschalten. Wow. Schaut mal all die Seifenblasen an. So ein Spaß. Puh, Otis das Polizeiauto hat die Waschanlage abgeschaltet. Jetzt sind Buster und Cozy endlich sauber. Aber schaut mal, Otis ist mit Seifenschaum bedeckt. Ups.